Ja, halli hallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.7, sind hier auf den Dracheninseln Ebenen von Onara, hier sind wir und sind bei Heilerin Selbeck mit der Quest Haiwans Bestimmung. Versucht die Zentaurinweise Shimai zu trösten, Taiwans Trompeter kriegen wir, 300 Ruf kriegen wir, 56 Gold, 18 kriegen wir, wir nehmen die Quest an. Versucht Shimai zu trösten, dann gehen wir mal da hin, zu Shimai. Hallo geht es euch gut? Versucht Shimai auf die Schulter zu klaufen, Punkt, Punkt, Punkt. Wartet ab, was Taiwans macht. Taiwans, wo willst du hin? Der Taiwans. Da kommt er. Du hast auch survive. Der Taiwans. D... Vielen Dank. Ach, sie streichelt jetzt den Teiron scheinbar. So, dann kommen wir jetzt hier bei Heilerin Selbeck. So, dann können wir hier die Quest für 56 Gold, 18 Silber, die Trompete und den Ruf abgeben. Und ich glaube, das Waisenkind ist jetzt wieder ein bisschen aufgemundert mit dem Teiron. Und ich gebe die Quest ab. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.